Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer! Mein Name ist Uta Ugewi und ich freue mich, das Uta-Gramm der Woche an meine kleinen Lieblinge zu verteilen. Heute geht es um Reichskraft Türmin, Katrin Göring-Eckardt, die ein Bodyguard der Vernunft ist, um den gottvater des pets.dg Heiko Maas und um die große Vorsitzende Dr. Angela Merkel, die englisch herausgefunden hat, wie man Grenzen sichert. Weil mir auf YouTube zu viel Meinungsfreiheit herrscht, ist die komplette Sendung nur noch auf Rumble, Library TV und Bitchu zu sehen. Außerdem finden Sie mich im Telegram-Kanal von eigentümlich frei. Die Links entnehmen Sie bitte dem ersten Kommentar unter diesem Video.